und hallo und herzlich willkommen willkommen zu einer weiteren folge zu einer weiteren folge outlast sind wir hier gerade eine etage tiefer gekommen und kriegen hier leichten herzinfarkt weil sich da das ist immer geld alter was ist das denn da kommt ist wieder einer ich weiß nicht ob wir hier hoch mussten aber finde einen weg aus der kanalisation was ist denn da los da wird aber einer richtig vermöbelt aber richtig nach strich und faden ok hier wird gespeichert ok wir müssen hier lang gehen wir können das nicht leider nicht aussuchen da wird einer richtig gerade durchgenommen also nicht in diesem sinne sondern der wort hier richtig vermöbelt und so kann man hier bitte reingehen bitte was macht er hier in der kanalisation was du musst mich nicht schmerzen ich kann sagen wir sind gleich du wirst du wissen was ist wirklich der kreis der kreis du wissen das nicht der kreis der kreis die kreis zu verarbeiten hier wie ein kreis der kreis der kreis auf die lebende die kreis das ist die Frage Gut, gut. Wenn du das sagst. So, ist hier. Ist eigentlich genug Licht, um dass wir mal gerade uns umschauen können. Da könnte man jetzt rein theoretisch runtergehen. Das tun wir jetzt erstmal nicht. Wir gucken, wir gehen jetzt erstmal natürlich, da wo der eine so schön gesungen hat. Hier ist zu. Jetzt hier liegt ein Toter. Sehr geil. Eine Batterie dazu. Hier ist nix. Hier geht's auch nicht weiter. Da sind wir hergekommen. Ja, dann gehen wir doch mal da runter. Wenn's sonst nix ist, ne? Einmal rauf, einmal runter, einmal rauf, einmal runter. So, hier wird auch wieder gespeichert. Male ward. Frauen trakt und, und, äh, 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 ähm, Männer trakt. Also, die wurden hier unterteilt anscheinend. Alter, leck mich doch am Arsch! werfen die hier die Leichen runter. Durch die Löcher von oben. Jetzt habe ich mich erschrocken. Bei dem einen da wollte ich nur schnell weg sein. Hier ein bisschen duschen schnell von der einen Seite. Hier hat einer entweder hat er Hunger oder ihm ist langweilig. Gucken, wo es hier hingeht. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ich gehe mal gerade so hier wieder zurück. Da ist wieder, nehme ich was wieder runtergeplumpst und ich will nicht wissen, was das war. Was steht denn hier drauf? Auch ein Kopf, ja. Das ist interessant. Wo geht es hier lang? Er scheint hat er sehr eine sehr, äh hat er sehr Angst, der Junge. Okay. Ja, ja, ja. Ich gehe gar nicht da erst ran. Wir gehen erstmal da unten rein. Ja, Junge, ist gut. Beruhig dich bitte. Sonst werde ich noch ganz randösig. Es kommt hier uns keiner hinterher. Solange wir uns bewegen, alles abgucken, kann uns nicht viel passieren. Wir können jetzt einmal hier lang gehen. Verbleib, wir müssen hier jetzt leider chill. Das kann man nicht machen. Ganz ruhig. Tief durchatmen. Ist gerade eine, eine Stunde bist du jetzt hier drin. Ganz vorsichtig hier lang. Wir sollen ja einfach aus der Kassel-Lazie... Ne? Einfach hier raus. Es scheint mir, dass wir hier... Was war das jetzt? Jetzt können wir hier oder da rausgehen. Wir waren gerade auf dem Weg nach da hin zu gehen. Jetzt gehen wir jetzt mal da hin. Hier sind wieder Rohre. Alter! Jo! Bleib da! Herr, Herr, Herr Voodo-Püppchen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Herr Voodo-Püppchen. Erst fällt einer von der Decke runter. Äh, aus dem... Okay, was passiert jetzt hier? Entweder fappt hier sich einer ein oder ich weiß auch nicht, was hier passiert. wird... Ach, natürlich! Ins Wasser rein. Das heißt ja, wieder... Da kommt... Ist wieder einer, der... macht der die Scheißgeräusche da hinten, der Affe? Ja, klar! Und ich mach mit dir bekloppt. Das heißt nichts Gutes, wenn diese Musik kommt. Da geht's hoch. Ist schon mal nix. Hat er sich jetzt beruhigt, oder... Was hat er denn an? Ein Feldstiefel. Die haben da einen drüber gehangen, zum Trocknen. Ja. Auch das hat sich gerade sehr, sehr wohl... Wohl... Das war ein sehr... geiles Geräusch. Dieses... Diese gleichen Geräusche, die wir jetzt gerade machen, und jetzt... Alter! Leck mich doch am Arsch! Das ist... Hier ist ja kein Licht, ne? Doch ein bisschen, gehen, aber hier nicht. Och, ne, ne? Och, ne, ne? Geh doch aus dem Wasser raus! Gehen hier an der Wand entlang. Gehen hier an der Wand. Wo ist er? Wo leuchten hier die Augen? Alter. Jetzt bin ich richtig drin in dem Spiel, aber richtig. Jetzt direkt ein Gitter. Das Einzige, was ich jetzt frage, ist, wo läuft der hier lang? Wo kann man dann, wenn der hier durch das Wasser watschelt oder schwimmt oder so, wo kann man dann hin? Da steht er. Richtig. Ist er das? Nö, da liegt noch was drauf. Entschuldigung. Gehen wir mal feucht-fröhlich hier weiter. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Sonst kommt er gleich und dann hast du verkackt, Junge. Jetzt können sie in der Nähe. Atmet mir gerade ins rechte Ohr rein. Alter, mein Herz schlägt genau wie dem, Seilz. Weißt du, du siehst nur den Schein von deiner Kamera und mehr siehst du nicht. Das ist grauenhaft, ist das. Du bist, du siehst, du siehst, du siehst du zieh. noricke Jetzt sind wir mal ganz mutig und gehen einfach durch die Mitte durch. Jetzt sind wir mal ganz mutig. Ich habe den Ausweg gefunden, ich habe den Ausweg vielleicht gewonnen. Ich habe den Ausweg gefunden, ich habe den Ausweg gefunden. Was ist denn jetzt los? Bitte nicht. Na klar, na klar. Geh los! Verpiss dich! Gehen wir mal hier lang. Hier wird gespeichert. Alter, Jesus Maria, Mutter Gottes. Jetzt gehen wir mal hier ganz langsam. Natürlich ist da hinten ein oder einer lang gelaufen. Der heult wieder. Wird jetzt gleich wieder verprügelt. Bitte durch! Ich weiß nicht, hier so Schrittchenweise. Schritt, 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 Schritt. Wir folgen dem mal. Ganz unauffällig. Na klar, jetzt. Hast du das denn schon eine Musik? Durch, 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 durch. Leck mich doch am Arsch. Da sind wir doch gerade runtergegangen. So. Und kann man mal machen. Kann man mal machen. Kleiner Leichenberg. Gehen wir jetzt hier mal hoch und gucken, was dann kommt. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Okay. Ja, denke ich mal, müssen wir nach oben gehen. Ach, natürlich. Jetzt müssen wir auch... Jetzt kommt das mit dem Schieben. Ich glaube, das reicht. Ach. Ja, ja. Da sitzt einer. Den haben sie ein bisschen misshandelt. Hallo. Da kann ich mal vorbei. Da raus. Da raus. Okay. Tschüss. Viel Spaß noch. So, ähm, wenn wir gerade mal hier sind, gucken wir erst mal uns gerade mal um. Wir sind ja jetzt quasi schon schnell durchgekommen. Wenn wir mit der letzten Folge da gleich verzweifelt sind, dann ist da noch die Kamera stehen geblieben. Äh, äh, ich meine nicht die Kamera, das Bild stehen geblieben, aber dann ging es ja irgendwann wieder. Da sind wir gerade rausgekommen. Jo. Okay, wir gehen nochmal geradeaus und dann gehen wir nochmal... Och, jetzt ist hier wieder einer. Ja. Geil, sehr geil. Ach, Junge. Junge, 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 Junge. Ja, wir müssen da lang. Wir sollen ja jedes Mal dem Blut folgen. Ich gehört. Nur was erwartet uns da? Der ist da hinter der Tür, richtig? So. Ach, da lag einer. Ja. Hallo. 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 Okay, will nicht. Er will nicht. Er hat... Er möchte nicht. Ne? Muss man akzeptieren. Okay. Gut, was sollen wir denn jetzt machen, Junge? Sollen wir jetzt hier weg... Was, das wegruppen, oder was? Natürlich gehen wir mal in die Tür, äh, durch die Tür, da wo einer vor... Ach, nicht so allzu ferner Zeit gerade geklopft hat. Natürlich gehen wir da rein, ja? Wir sind jetzt eine Stunde hier in dem Gebäude drin. Nach der Zeit. Gott, das Bein wieder ausstrecke. Dies. Aha, 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 aha. Da könnte man jetzt durchgehen. Ich glaube, erst mal da lang. Richtig. Richtig. Dann gucken wir mal, ob wir hier nochmal was machen können. Nein. Leider nein, leider gar nicht. Da ist ein schöner Gang. Ja. Wunderbar. So, hier ist nochmal... Der Zellentrack für besondere Leute. Anderen... War zwar auch sehr zerstört, ne? Will ich ja nichts zu sagen. Ich will ja nichts dagegen sagen, aber... Wo sind wir hier? Wo sind... Wie auch scheiß, die Wand an. Hinter diesen... Och. Kakerlaken auf dem Boden. Hinter jedem so ein Ding, könnte einer sein. Ich denke mal, wir sollten hier reingehen. Hier wird gesch... Ich will Fleisch, ich will Fleisch, ich will Fleisch, Fleisch. Hallo. Ich kann nicht auf dem Boden. Ich kann nicht auf dem Boden. naja dann dann wisst ihr dann wie es nachher weitergeht wir müssen dann natürlich da das dinge wegschieben und müssen dann und müssen dann dadurch und schnell wie es geht weg hier ja dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel spaß und bis zum nächsten mal bei Outlast 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 Outlast